türen hoch der letzte tut die türen wieder runter machen ich bin auf dem augen wo muss man gerade hinweg richtung links am see vorbei einfach naja stimmt wir brauchen keine väter mehr als ihr wart rechts warte schon zum beispiel von hinten gesehen war sie dann okay was wir hier waren wir gäste sowieso nicht das ist genau auf dem stand wo du dabei war es wir waren nur in dem großen und der großen fahren ja dann wir waren auch in dem haus dann in dem hier noch nicht oder was noch alles oft dazu eingangs zu ich glaube dem wo steht mir warum wir nicht wo da komm ich um die ecke und woher geht mir gucken ob man vielleicht von hinten rein reinkommen hier oben kommt das rechts über der garage da waren doch achtung kommt ein zombie raus das ist das ist Das war's für heute. Die sind nur unter uns. Hinter dir. Achtung, Fertzag. Pappkarton. Nichts drin. Wo sind die? Oh, sehr gut. Krachkässe da oben. Wow, 36 Holzraum. Ist das dein Ernst? Ah, hier. Säure und Kaffee. Big Mama, Big Mama. Oh, nochmal eine. Oh, da gibt's noch einen Keller. Und ich bin rundherum gefahren im Keller. Da oben, du hast eine Frachkiste, Digger. Was? Oh, die hab ich nämlich ganz... Geil, ich steh auf die drauf. Was krieg ich hier oben? Amo. Los. Berlin, wo bist du mit uns? Ich bin runtergefahren. Hat der das hier alles gelootet? Ich glaube nicht, oder? Ich bin runtergefahren, aber irgendwo schreitst du ja. Oh. Da unten ist es. Toll. Ich bin hier unten. Oh, ich bin auch untergefahren. Oh, da bin ich. Kriegt noch Besuch. Oh, hier ist ein Frachkist. Oh, ihr kriegt noch ein bisschen Besuch. Oh, hier ist noch eine Fettie. Oh, hier ist ein Frachkist. Oh. Dungeon. Kevin, dungeon. Wo seid ihr? Oh, leck mich im Arsch. Dummes Stück Scheiße. hier ist eine werkbank zum benutzen sogar militäranschule und einzelstiefel die schmiede und stahl eine nagelpistole den nagelpistolen kann man nicht genug haben ich habe ja noch da oben schon auch noch vier jagen und leck mich am arsch er braucht schon schrotbundig ich habe eine shotgun dabei aber keine bunni hier schlägt der schöne waffenfang ich habe eine maschinenpistole ich frage mich gerade wo das hin haben wir früh genug raus wenden würde ich sagen 66 7 6 59 9 34 armbots schreit es noch bei euch auch noch braucht ihr meine maschinenpistole mp tier 5 t4 ne ich hab ne ak ok fahren die hat 60 schuss wir haben aber noch viel ausgelassen glaube ich zumindest ich trecke gar nicht mehr durch warum ist hier ein bild von einem dungeon aber hier ist nix kann man hier mit einer hacke herkommen was ist da ein bild von dann eingangs vom danschen das leuchtet ja was die frage wo genau ich denke mal da wo das geräusch herkommt dass hier noch mehr ist das ganze haus ist einfach sozusagen dann schon es gibt mehrere versteckte sachen alle was wir gefunden haben in der form für versteckte wege und so hinter dem schrank haben wir es durchgeschlagen ja das hat meine ich ja dass dann dass du hier irgendwie dich durchschlagen muss das aber hier so war ich ja hier war ich ja drin hier kommen wir da geht es doch hier habe ich durchgeschlagen da gibt es auch vorwitzig dafür steckt sich dabei sind das oder hinter guck mal hier koffer ach sie kann sich so ok das große messen das ist der letzte raum den wir noch nicht hatten ja dahinter ach komm wer schlappert denn da schon wiederum ich hab doch ich hab mein band erst vorgefunden das ist mein freund das ist was sie meinen theoretisch musste echt alle bilder hä? komm da nicht durch Kevin du musst crouchen Digga das geht nicht ich bin zu dick ich bin der fetteste von uns hier guck mal mein Kirk dran alter was komm ich durch? und eine Modification ja wie immer zu spätzeitig ok lass raus ok erstmal die ganze Scheiße wegwerfen ich will keine leeren Dosen ich will auch keine Glaskrüge erstmal nimm die Glaskrüge mit ah fuck you Steinbolzen äh Bolzen ich hab Schauts Baseball müssen warte ich hab gestornig auch nicht hörnig 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 jetzt sagen wir denen hallo hörnig warum machst du die Tür auf wenn du hier reinkommst dann waren wir da doch schon drin oder die haben sich durch ja ne da waren wir boah what the fuck Digga das sind fünf Stück runtergefallen ich hab grad noch schießen ey ich hab grad noch schießen ey hörnig aus es w w w w Vielen Dank.